Vorsicht, Vorsicht Kabel! So Achtung, wir sind live, Achtung! Vorsicht Kabel! Wir sind live, Achtung! Vorsicht Kabel! Achtung, wir sind live, Achtung! Ja, Achtung! Achtung, Vorsicht Kabel! Achtung! Vorsicht Kabel! Ja, Vorsicht Kabel! Super, geil! So, jetzt schauen wir euch das mal an, Leute! Achtung, Vorsicht Kabel! Achtung, Vorsicht Kabel! Wie geil ist es bitte! Danke! Es ist schon wieder so fucking laut! Ich hör mich selber nicht! Also, Wahnsinn! Ich muss tatsächlich auch so... Wir müssen gleich mal den Floh-Untin machen! Ich bin zu der Katze! Wir wissen, was diese Katze ist! Ja, willst du der Katze? Komm, wir gehen mal wieder in eine Richtung! Achtung! Achtung, Kabel! Achtung, Kabel! Achtung, Kabel! Ja, das macht die Katze froh! Achtung, Kabel! Achtung, Kabel! Achtung, Kabel! Achtung, Kabel! Vielen Dank übrigens auch an unsere fantastischen Kollegen hinter der Kamera, die gerade Leute aus dem Weg schieben! Ja! Sehr motiviert und sehr professionell! Vielen Dank! Machen wir Platz hier! Wir sind live! Weg da! Hallo! Entschuldigung! Busch! Komm, bitte gehen Sie weg! Ja! Auf Wiedersehen! Meine Güte, meine Güte! Mann, ey! So! Und dann gehen wir jetzt hier links herum zu den Kollegen von Bushy Road! Achtung bitte! Achtung, Kabel! Buschyrad! Bushy Road! Achtung! 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 Alles da, alles da! Sehr gut! Achtung! Achtung, Kabel! Achtung, Kabel! Achtung! Kabel! Irgendwo hier. Genau, Vorsicht. Ja, das wird jeden gefährlich. Achtung, Vorsicht, Kabel, sorry. Entschuldigung, Entschuldigung, danke. Anfang der 2000er, als halt jedes Anime-Franchise irgendwie ein TCG rauskommt, nicht so schöne Karten gab. Schade. Achtung, Kabel. Achtung, Kabel. Warum nehmen wir die Schlange hier? Keiner. Eigentlich würde ich gerne, ich sag's euch ehrlich. Achtung, Kabel. Entschuldigung. Hat sich die Lust, was zu gewinnen? Achtung, Entschuldigung, Achtung. Nee, keine Zeit. Darf ich kurz? Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Achtung, Vorsicht, Achtung. So, wir gehen hier mal durch. Ich glaub, hier kommt man ganz gut durch. Dankeschön, Achtung, Vorsicht. Sorry, Entschuldigung, sorry. Danke. Ich glaub, wir müssen nach vorne in die Richtung. Der Steffen, ne? Ja, immer Ahnung, Alter. Sorry, sorry. Er weiß immer Bescheid. Aber wir wissen, was lustig ist, wenn wir einmal jetzt da lang gehen und einfach mal gucken, was er macht, wenn wir einfach woanders sich gehen. Oh, na gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich, ich hab ja nur Spaß gemacht. Es ist eine gute gute Idee, die Menschen machen. Willkommen zu eineminen Mitž giraffe noch ein bisschen wie bei der Karriere ist. Tja, die Sprecher ist. Es geht nach oben. Vielen Dank.